wir sind geil und das ist prima warum erzähle ich das überhaupt wer weiß ob man das überhaupt zu sehen bekommt ja ja ich sehe nix ist so busch und so ja da musste genau schubs page weg da musste in zukunft wieder mit fraps aufnehmen na komm komm fett sagt lauf auch mal erst geploppt der wagen hat allein schon durch mich so viel schaden wobei ich sehe ich sehe kein kratzer kaum sag ich was es hat keine 0,3 sekunden gedauert bis er gegen eine wand gefahren ist auch gut ausgestattet wo kam die denn her bitte ich weiß es nicht oh wirklich ähm ja scheiße ich wollte nur einen stunt machen ich glaube da komme ich nicht schlecht geht das abgestürzt oder auch nein mein aufnahmeprogramm ist abgestürzt nur achso na gut ja natürlich ey ich habe ja unsere perspektive noch auf brand es ist dein ernst bist du fertig mit dem hacken ja jetzt what the hell ich wollte eigentlich nur ein stunt ausprobieren und plötzlich bin ich ein bisschen weiter geflogen als gedacht kommt das wieder raus das passiert immer mal sogar piloten weißt du scheiße wir müssen nach moskau fahren wir fahren wir fliegen zu weit und sind in japan angekommen das passiert was zur hölle ja wie kommst du erst wieder raus gar nicht denn wenn du da guckst ich setz mal schon wieder mask drauf geh geh lauf menschlein lauf das klang jetzt irgendwie krank jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken ey ich habe in dem moment nämlich über den kopf von irgend so einem typen geschossen und dann plötzlich die klingel ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin der einzige der nicht umgekleidet ist egal macht nicht umgezogen sein wir haben in kuba beziehungsweise wir haben meinen kuma wir haben den von chaos der ist dunkler der schöne wir nehmen den ich war in der nähe nämlich den das war irgendwie cool und ihr kriegt schade wirklich schade wir kriegen sie noch ich finde das gut ich glaube wir kriegen sie nicht mehr ja wir sind viel zu schnell habt ihr schon wieder ein unfall gebaut da war ein parkplatz so jetzt sollten wir uns aber hier langsam mal sammeln wieder nicht sehr gut wir dürfen die flie kann doch mal machen aber eure perspektive möchte ich gerne sehen vor fünf minuten beten wir zu gott die fliegerbank nicht doch mal machen müssen aber dass die schwänze auch direkt den ersten schuss auf diesen scheiß tank setzen bei mir sah es so aus dass ob ihr in den tank reingerast wert ich war locker mit ihr weg von dem tag das ist halt das ding das macht man einfach kommen und hat persönlich wurde zerstört wurden versuch mal irgendwelche stunts zu machen hier an der wand zum beispiel wie lässt er geschrien hat wie er geschrien hat ok lässt lässt er gerade einfach nur so ja das schaffe ich ab und zu war wenn ich nun verbaue mit ihm aufmerksamkeitsdefizite was was bleibt einfach mal stehen einfach mal stehen da können wir das recht mal an was ist das denn was ist das denn ich hab's gleich ich hab's gleich Drehwurm Auszeichnung ja geil ich mach ja nicht mal was jetzt bin ich mal gespannt Hau warte was ist das denn ... .... ... was ist das denn ... boah das tut voll in den Augen weh scheiße ... ... ... ich hab ein Problem ich kann jetzt in den Kuruma einsteigen ah jetzt auszeichnung Drehwurm Ich mach nichts. Alter. Boah, geh mal, geh mal in den Ego-Modus. Das sieht doch viel cooler aus. Zeitmaschine, ja. Ey, das sieht aus, ey. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Ich bin nur gefahren, draufgeknallt, irgendwo und dann... Bumm. Was ist mit der Hupe los? Ey, wie dein Männchen guckt. Dein Männchen... Was macht... Was macht dein Männchen da? Das hört sich an... Die Hupe hört sich an, als würde man sie unter Wasser drücken. Der, 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 der... Wir gucken... Wir gucken... Vielen Dank.